ja leute was geht und es geht weiter mit neuen aufnahme session von let's play antidex deception ja immer wieder weiter bewegungen ja schön sport hier ja ja das hat die denkt sich auch so nur was ist mit dem jungen falsch ist so richtig der blick wo sie jetzt glaube ich gerade denkt so was ist mit dem falsch was tue ich hier das frage ich mich auch sally was ist mit mir falsch gelaufen danke ich war jetzt unsicher für die szene schon gemacht haben sie mal eine art amulett hier steht etwas du machst das also direkt auf landseller was es ist sabir also aus dem alten jemen was genau von dort wo frances drake im 16 jahrhundert gelandet wäre vielleicht der name einer stadt vor 3000 jahren wo sollen wir ohne den rest der hinschrift suchen dann hoffen wir dass die andere hälfte in syrien ist ja und das kann auch klose finden das hat das hätten wir schon gemacht na gut na gut war war 20 minuten das ist schon oh das würde ich lieber nicht tun oh shit hervorragende arbeit gentlemen harris nehmen sie doch bitte mr drake das artefakt ab ja harris hol es dir doch dafür muss man doch nicht gleich sterben oder ihr freund stimmt mir zu kam schon nate was ist das nicht mein gott bleib im licht nehmen sie es weg von mir ihr die wacke scheint zu können ich glück damit Kapitel 7 Im Licht bleiben Geht nicht aus, doch Los, ballen wir uns Los, los Oh Gott, jetzt stehe ich ohne Lichter Yay Hilf mir mal Oh Gott Hier, los Hier, los Oh Mann, sie kommen durch die Decke Oh, na ganz toll Komm schon, rennen Ist ein Flambeerfall dabei Mann, sind die Viecherstäbchen Ja, wir denken, wir sind Was, was ich hier mache Oh Gott Was machen wir Mach sie weg, mach sie weg Okay, alles klar Ja, dreh dich um Alles klar Bist du okay? Ja, glaub schon Okay, nichts Wieder reingehen Ich denke, es ist eine gute Idee Nettisch Nett, wirklich nette Spinnen Na gut Auf nach Syrien Okay Wir müssen hier raus Na, jetzt ist ja einfach Da haben wir ja keine Spinnen mehr Ich suche mal einen Weg rüber Jetzt bin ich das halbe Schloss auseinandernehmen Danke Wäre doof Vorsicht Ich hab's Achso, warte Ah Hält uns das? Geht es? Nein Oh, oh Ich weiß, ich weiß Ich stehe da noch Ne, nicht ganz Oh nein Oh nein Ähm Ja, das soll so Ja Ja, das war auch gar mal ein Plan Nee, oder? Was machen die da? Was machen die da? Fackelt hier alles ab Oh nein Sonny, wir müssen hier raus Ihr werdet hier nicht fackeln Da fackelt ich jetzt nicht lange So Verdammt, da wollen die Da wollen jetzt jetzt einfach Einfach als Braten hier zurückleisten Oder was? Ja, danke Vielen Dank, ey Teufel Ich hasse dich auch Nee Scheiße Komm mal hier nicht ran Feuer legen Nein Okay Wir müssen raus Okay Ja, ja, ja Oh Noch mehr Hey, wenigstens werden die an die Spinnen kommen Ist aber was positives, oder? Oh Gott Verdammt Was? Lass Los Oh Komm her Hier Granatapfel Was? Warte, Sanne Mach schon War eben etwas mit Töten beschäftigt Wie würd ich noch runterbringen? Aber warte nochmal Vorsichtig, ganz ruhig jetzt nicht Keine falschen Gut, schön, dass du kommst Oh Gott Die schießen auch nicht Nein Wo denn? Wo denn? Die schießen Gut Danke Ähm Mit dir ist schon, okay Da gehe ich nochmal Weshalb ich ihn nur dermaßen überrascht Komm los Komm 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 Ja Oh verdammt Ich muss noch den Ausgang geben Ja Hier lang Ruhe Los Wir müssen hier unbedingt raus Nja Ah Hier drinnen können lernen zu heiß Oh Gott Oh 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 Alles klar Ach ja Okay Ich bin gleich da Vorsichtig Habe ich nur Ich das Gefühl Da werden unsere Aufträge immer gefährlicher Oh Gott Oh Damals Als wir noch gegen Pinocchi nur gegen kleine Piraten gekämpft haben Das war noch Zeiten Oh 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 Scheiße Komm 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 Oh Komm schon Alles Moment Der wird lassen Er macht keine halben Sachen Oh Hi Fest Sack Na Nicht bis Der Muskelbrot Oh 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 Er schüttet immer in die Eier Oh 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 nicht sein Keine Haken. Er wird anders nicht hilft. Aber noch mehr Fire. Mensch. Hi. Du kannst hier unten bleiben. Das gilt auch für dich. Da ist die Tür. Da war die Tür. Oh Gott. Oh nein. Oh. Oh Scheiße. Ja. Ich häng gern ein bisschen ab. Oh nein. Oh Gott. Jetzt raus hier, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sonny! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Sonny! Sonny, ich bin Deutsch! Ich komme! Ich komme! Warte, ich komme! Ich hab dich! Ich hab dich! Los! Los! Mensch, Sally! Du kannst ja doch klären! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Du siehst mich nicht! Hier bin ich doch! Was gibt's denn? Nein! Er meint, der sieht mich nicht! Oh! Weißt du was? Komm! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Hey, na, das kann ich für dich tun. So. Ich haue die mal ganz gern kaputt. Ich kann auch noch, wieso ich fühle mich. Das geht. Ich bin vor. Sehr gut gemacht. So, sauschlau, wenn man hier schon kämpft, mit Granaten durch die Gegend zu werfen. Wer kann man auf die intelligente Idee? Ah, da geht's raus, oder? Nein, oh nein. Was ist? Ach, komm. Der verdammte Taub bricht zusammen. Ah, na, ganz toll. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh ja. Einfach großartig. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Er hat nicht viel gefehlt. Erst mal im Ernst. Ich glaube, ich hab'n Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich-Bin-Dafür-zu-Alt-Reten kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja, und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder was? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste. Okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Kannst du mir glauben? Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei drauf gehen. Verdammt. Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Kata und Chloe. Sully, wenn sie uns gefolgt sind... Oh scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Ich bin nämlich vollkommen auf. Schäufe.